Hallo, mein Name ist Ines Galisch, ich bin die Historikerin im Projekt Medieval Space and Population. Im Folgenden möchte ich gerne die Hintergrundfolie für die archäologischen Fragestellungen liefern. Die Fragen nach dem Siedlungsbeginn von Köln und Berlin, nach den Initiatoren für die Siedlung und der Herkunft der Siedler ist nach wie vor ungeklärt. Bisherige historische Forschungen gehen aufgrund der überlieferten Schriftzeugnisse davon aus, dass Berlin zwischen 1200 und 1220 entstand. Die archäologischen Grabungen der letzten Jahre lassen indes einen früheren Siedlungsbeginn um 1150 immer plausibler werden. Durch diese Früherdatierung ändert sich allerdings die politische Ausgangslage. Die Bedingungen im heutigen Stadtgebiet wandelten sich in der Zeitspanne von 1150 bis 1200 wahrscheinlich grundlegend. Vier Hauptparteien bewegten sich seit der Mitte des 12. Jahrhunderts im Umfeld eines imaginierten Zentrums Köln-Berlin, die ich im Folgenden kurz vorstellen möchte. Die leitende Frage ist dabei, wer von ihnen für die Initialisierung der Siedlungen Köln und Berlin am wahrscheinlichsten gemacht werden kann, um hieraus eventuell auf die Herkunft der ersten Siedler zu schließen. Wichmann von Magdeburg entstammte der Familie der Grafen von Seeburg, die im Harzgebiet beheimatet und begütert waren. Maggraf Konrad von Meißen und der Lausitz war sein Onkel. Schon als Bischof von Naumburg begann Wichmann neben seiner Tätigkeit im Reichsdienst am Hofe Konrads III. die Besiedlung seines Einflussbereichs aktiv zu fördern. Auch als Erzbischof von Magdeburg war Engagement für das Siedlungswesen eines der wichtigsten Merkmale seiner Politik und Herrschaft. Die Erlangung dieses hohen Amtes hatte er der Förderung durch Friedrich Barbarossa zu verdanken. Der Kaiser verschaffte sich mit dieser Maßnahme einen wichtigen Partner und treuen Mitstreiter, nicht nur für seine nach Osten gerichtete Politik. Die Wichtigkeit von Siedlungen für den Ausbau einer Herrschaft über Land war Wichmann sicher bewusst. Durch den fortgesetzten Reichsdienst dürfte er zugleich die überregionale Bedeutung seines Handelns im Blick gehabt haben. Die Oberhoheit des Königs über die ostelbischen Gebiete war stets Voraussetzung für das dortige Vorgehen und sie wurde auch allseits anerkannt. Seit Mitte des 12. Jahrhunderts bis in die 1180er Jahre hinein forderte Wichmann außerordentlich engagiert die Entstehung und Weiterentwicklung von Siedlungen, sei es durch Lokationsverträge, durch Gütertausch oder Landkauf. Exemplarisch stelle ich nun einige von Wichmanns Unternehmungen vor, die zugleich für allgemein angewandte Strategien der Ansiedlung stehen. 1159 wurde der Ausbau des Dorfes Pechau beurkundet. In der Nähe eines slavischen Burgwallis bestand bereits im 10. Jahrhundert eine sächsische Burg, Kivitas Pechauvi, die schon Kaiser Otto I. dem Magdeburger Moritzkloster übereignet hatte. Es war also ein bereits seit langer Zeit bewohnter Ort, an dem Erzbischof Wichmann 1159 als Kolonisator zu fassen ist. Im Unterschied zu Pechau gibt es für das im selben Jahr urkundlich genannte Wusterwitz keine direkten Hinweise auf eine slavische Vorbesiedlung, auch wenn der Ortsname slavischen Ursprungs ist. Erzbischof Wichmann initiierte hier die Gründung von, juristisch betrachtet, zwei Siedlungen. In einem ersten Schritt sollte dabei zunächst ein Dorf geschaffen werden. Händler und Kaufleute, die sich zukünftig im Ort niederlassen wollten, wurden unter Magdeburger Recht gestellt. Durchreisende erhielten weitgehende Handelserleichterungen wie die Befreiung von Zoll- und Wegegeld für fünf Jahre. Dieser zweite Schritt war auf die Anlage eines Wirtschaftsstandortes ausgelegt. Letztlich war die hier erfolgte Gründung nicht von Erfolg gekrönt. Wusterwitz versank relativ schnell wieder in der Bedeutungslosigkeit. Der Vorgang bietet dennoch einen interessanten Einblick in die Landesplanung des Mittelalters, zeigt jedoch nicht nur alle für wichtig befundenen Maßnahmen für eine Ortsgründung, sondern beweist durch die zeitliche Staffelung auch ein planerisches Denken, das kommendes antizipierte. Bewegte sich Erzbischof Wichmann bisher mit seinen Siedlungsaktivitäten eher in der Nähe Magdeburgs, so war die Gründung des Zisterzienserklosters Zinner 1170 ein wichtiger Schritt in Richtung Osten. Die Gründung von Zisterzienserklöstern gehörte unbedingt in das Repertoire des Landesausbaus. Mit der Initiierung einer Fernhandelssiedlung in dem slawischen Ort und Burgwart Jüterbock konkretisierte sich 1174 endlich Wichmanns Anliegen, Richtung Osten zu expandieren und die Terra Jüterbock auszubauen. Mit der Anlage einer Fernhandelssiedlung, die mit Magdeburger Recht ausgestattet wurde, war offenbar bereits eine weitere Planung verbunden, denn in der Urkunde war die Rede von weiteren anzulegenden Marktorten im näheren Umfeld. Der Stadt Jüterbock wurde dabei eine Führungsrolle zugedacht. Es wird hier wiederum ein planvolles Vorgehen sichtbar, dass das zur Verfügung stehende Gebiet in zentralen Ort und davon abhängige, kleinere Marktflecken strukturierte. Zur weiteren Arrondierung seiner Lande tauschte Wichmann die Abtei Nienburg vom Reich ein, ein Geschäft, das letztlich zu Lasten Albrechts des Bering ging, da er hier bisher die Vogtei innehatte. Attraktiv waren sicher besonders die Besitzungen des Klosters in der Lausitz. Die dem Kloster Nienburg entzogenen Güter gab Wichmann seinen Verwandten zu lehnen und beförderte so die Ausdehnung des erzstiftischen Einflussbereichs. Im weiteren Verlauf dieser Expansionsbewegung gelang es Maggraf Konrad, Lebus zu erobern und so den Magdeburgern einen Zugriff auf das Gleichnahme-Bistum zu ermöglichen, das schon lange auf deren Wunschliste stand. Auch Spandau geriet eventuell kurzzeitig unter magdeburgischen Einfluss, wie aufgrund des ungewöhnlichen Patroziniums der Moritzkirche vermutet wurde, das für eine Verbindung in Magdeburg zu sprechen scheint. Dies ist allerdings ein schwaches Indiz, solange es nur allein steht. Hinzu zu ziehen wäre beispielsweise das etwas weiter südlich gelegene Seeburg. Hier gibt es weder einen See noch eine Burg, insofern gilt der Name als übertragen. Wichmann als Mitglied der Familie der Grafen von Seeburg kommt als Namensgeber durchaus in Betracht. In den 1190er Jahren wurde schließlich in Potsdam eine kleine städtische Siedlung planmäßig angelegt, die mit den Magdeburgern in Zusammenhang gebracht wird. Das gesamte Handeln Wichmanns zielte darauf ab, seinen Herrschaftsbereich durch planvolles Ansiedeln sowie die Förderung von Handel und Gewerbe, Land und Einfluss dazu zu gewinnen. Durch sein konsequentes Doing-Territory konstituierte er dabei einen Raum, der auch das spätere Kölner Stadtgebiet ausstrahlte. Albrecht der Bär war als Maggraf der Nordmark ein wichtiger Reichsfürst, der nach Kräften versuchte, im großen Spiel um Macht und Herrschaft mitzuwirken. Mit wechselndem Erfolg. Er wurde wohl um das Jahr 1100 als Sohn des sächsischen Grafen Otto von Ballenstedt und seiner Frau Eilika aus der Familie der Billunger geboren. Seine Mutter stammte demnach aus dem Hause des sächsischen Herzogs. Die Familie war reich begütert im ostsächsischen Schwabengau, im Nord-Thüring-Gau, in der Gegend um Bremen, im Balsam-Gau um Stendal und Hangermünde sowie in der Wische um Werben und Seehausen. Albrecht wird in dem Bewusstsein groß geworden sein, einer der führenden sächsischen Familien anzugehören, deren Stellung es zu sichern und auszubauen galt. Fast sein gesamtes Streben ging denn auch in den ersten Jahren seiner Herrschaft dahin, die Markgrafschaft in Nordmark zu übernehmen. Mehrmals schien das zum Greifen nah, doch gingen sie 1128 und 1130 zunächst an zwei Konkurrenten. Nicht ganz ohne Albrechts Zutun, denn er hatte wohl selbst für die Ermordung eines Mitbewerbers gesorgt, sodass er für das Amt nicht in Frage kam. Erst 1134 kam Albrecht zum Zuge, nachdem er vorher auch noch die zwischenzeitlich erhaltene Marklausitz eingebüßt hatte, wahrscheinlich ebenfalls als Sanktionierung für seine Freveltat. Als er 1134 endlich zum Markgrafen der Nordmark ernannt wurde, war er also im Besitz der ererbten Allodialgüter seiner Familie sowie eines Rechtstitels für ostelbische Gebiete. An Besitz östlich der Elbe ist zu diesem Zeitpunkt lediglich die Zauche als Patengeschenk durch Präbislav Heinrich von Brandenburg zu nennen. Für die kurze Zeitspanne von 1138 bis 1142 hatte er schließlich sogar das Herzogtum Sachsen inne, verlor es aber alsbald aus politischem Kalkül des Kaisers an seinen Konkurrenten Heinrich den Löwen. Albrecht zeigt sich in seinem ganzen Verhalten als durch und durch sächsischer Fürst, der an dem Gebiet östlich der Elbe insofern Interesse hatte, als dass es eine Ausweichmöglichkeit bot, nachdem seine Positionierung in Sachsen gescheitert war. Das Itinerar Albrecht zeigt uns sehr deutlich, dass er nach Erhalt des Taufgeschenks um 1127 seine Aufmerksamkeit und seine Aktivitäten etwa 20 Jahre lang in die verschiedensten Richtungen lenkte. Die Brandenburg gehörte allerdings nicht dazu. Nach deren endgültiger Übernahme 1157 führten ihn Reichsangelegenheiten und Konflikte in und mit Sachsen an die verschiedensten Orte im Reich, religiöse Beweggründe 1158 sogar bis ins Heilige Land. Diese Reise fand nicht gerade zu einem glücklich gewählten Zeitpunkt statt, wenn man die Verhältnisse auf einer gerade erworbenen Burg und in deren Umland stabilisieren wollte. Nur ein äußerst geringer Teil der Aktivitäten Albrechts spielte sich also überhaupt östlich der Elbe ab. Er engagierte sich auch hinsichtlich einer Besiedlung nicht gerade auffällig in den neu erworbenen Gebieten jenseits der Elbe. Lediglich neun Urkunden überlieferten seine Zeugenschaft in Ansiedlungsunternehmen. Als Initiator ist er urkundlich nicht zu fassen. Insgesamt lässt sich feststellen, dass Albrecht der Bär für die Besiedlung der Markt Brandenburg eine eher geringe Bedeutung hatte, für die Entstehung der Spreestädte Köln und Berlin gar keine. Sein Interesse galt in erster Linie seinen Herrschaftsgebieten im Harzvorland und in der Altmark sowie seiner Stellung im Reich. Mit Übernahme der Brandenburg schuf er eine günstige Ausgangslage für die Ausdehnung einer Herrschaft über Land, die sein Sohn Otto nutzen konnte, nachdem sein Vater 1170 gestorben war und er der Erbe in Ostelbien wurde. Otto I. übernahm als ältester Sohn Albrechts des Bären kein einfaches Erbe. Er erhielt die Allodialgüter im Balsamland, Salzwedel und in der Altmark sowie die Ansprüche auf eine bisher in erster Linie behauptete Mark Brandenburg, die auf Reichsebene noch keine Anerkennung erlangt hatte. Otto verfügte damit über punktuelle Herrschaftsrechte sowohl westlich als auch östlich der Elbe. Bereits zu Lebzeiten seines Vaters wurde Otto wohl an der Ausübung der Herrschaft beteiligt. Ja, in den neu gewonnenen Gebieten wurde sie ihm vermutlich seit 1157 schon ganz überlassen. Wo er allerdings in diesen Jahren seine Herrschaft genau ausübte und inwiefern er dafür die Brandenburg nutzen konnte, bleibt ungewiss. Die Burg unterstand nach wie vor jeweils zur Hälfte dem Reich und damit einem Burgvogt sowie dem Bischof. Auch bei Otto ist also, wie schon bei seinem Vater, danach zu fragen, inwieweit er von der Möglichkeit der Herrschaftsausübung in den neu erworbenen Gebieten Gebrauch machte. Ein Blick auf sein Itinerat vermittelt wie bei Albrecht den Bären eine Vorstellung davon, wo das Herrschaftshandeln Ottos stattfand. Auch hier wird deutlich, dass der Schwerpunkt nicht im Gebiet der späteren Mark Brandenburg lag. Genauso wie sein Vater war er häufig in Reichsangelegenheiten tätig. Allerdings ist bei Otto eine leichte Verschiebung in Richtung der späteren Mark Brandenburg festzustellen. Als wichtiges herrschaftliches Handeln in diesem Raum ist auf jeden Fall die Gründung des Zisterzienserklosters Lenin auf dem Gebiet der Zauche, also Allodialbesitz, Ottos zu nennen. Er folgte damit dem Beispiel Erzbischof Wichmanns von Magdeburg. Die Gründung erfolgte mutmaßlich um 1180. Das Datum passt gut zur Gründung der Neustadt in Brandenburg, die, ebenfalls auf Allodialgut gegründet, etwa in die gleiche Zeit datiert. Schließlich finden sich in den von Otto dem ersten geprägten Münzen Zeugnisse seines herrschaftlichen Selbstverständnisses. So ließ er zwischen 1157 und 1184 einige sehr schöne Praktiaten in Brandenburg herstellen, die tatsächlich ein Beleg für die von ihm ausgeübte Herrschaft sind. Trotz dieser Münzprägung ist Ottos Engagement insbesondere in Bezug auf seine Herrschaft über Land nicht als überdurchschnittlich zu bezeichnen. Er tat, was zu seinen Aufgaben gehörte, setzte dabei auch erprobte Herrschaftsmittel seiner Zeit ein, zeigte sich jedoch nicht überambitioniert. Seine Expansionsrichtung zielte er in Nord- und Nord-Ost-Richtung die Havel entlang. Entlang dieser Havel-Fino-Linie mit ihren slawischen Altsiedelgebieten zog sich die askanische Expansionslinie mit den dabei entstehenden Befestigungen und militärischen Stützpunkten Bötzow-Oranienburg, Biesenthal, Fino-Furt, Eberswalde, Oderberg und Hohenfino. Über konkrete Ansiedlungsaktionen Ottos ist wenig bekannt. Sein Handeln bleibt hinsichtlich einer Ausweitung seiner Herrschaft merkwürdig unkonturiert. Ein Grund hierfür könnte in der nach wie vor schwierigen Gemengelage politischer Einflusssphären in dem umstrittenen Raum liegen. Dem slawischen Fürsten Jaxa von Köpenick wurde in der landesgeschichtlichen Forschung lange Zeit nur wenig Beachtung geschenkt. Das lag nicht zuletzt an der desolaten Quellenlage. Neuere Forschungen konnten mittlerweile zeigen, dass Jaxa aus einer Familie stammte, die offenbar schon seit längerem im Damischprägebiet ihren Herrschaftsmittelpunkt hatte. Damit gehörte er in die Gruppe der slawischen Fürsten, die sich zwar im Schatten des Imperiums, aber dennoch weitgehend selbstständig im Raum zwischen Elbe und Oder halten konnten. Jaxa konnte sich in der Zeit von etwa 1140 bis in die 1160er Jahre eine respektable Stellung in Köpenick aufbauen, wo er ganz offenbar unangefochten herrschte. Dabei agierte er als christlicher Fürst mit den in seinen Kreisen üblichen Mitteln der Herrschaftsrepräsentation, der Gebietserwerbungen durch Heirat, politische Bündnisse und Verhandlungen, Krieg sowie im günstigsten Falle Erbschaften. Gerade Letzteres sollte ihm jedoch zum Verhängnis werden. Die Rede ist von seinen Ansprüchen auf die Brandenburg, die er als Verwandter des Fürsten Pribyslaw Heinrich hatte. Tatsächlich gelang ihm nach dessen Tod auch die kurzzeitige Durchsetzung seines Erbanspruches gegen Albrecht den Bären. Doch war diesem Zugewinn keine Dauer beschert. Bereits einige Zeit nach in Besitznahme der Burg verlor er sie 1157 wieder an seinen Rivalen. Durch seine um 1145 erfolgte Heirat mit der Tochter des polnischen Magnaten Peter Wlast orientierte sich Jaksa politisch auch Richtung Osten. Ein gutes Einvernehmen mit den östlichen Nachbarn war für einen im Spree-Dame-Gebiet ansässigen Fürsten wichtig, da das benachbarte Land Libus zu dieser Zeit unter großpolnischer Herrschaft stand. Der Köpenicker trat spätestens durch diese Verbindung in ein weitreichendes Geflecht politischer und ökonomischer Verbindungen ein. Kurz nach Jaksas Eheschließung lassen sich an seiner Burg Köpenick bauliche Veränderungen nachweisen. Offenbar begann er nun ab Mitte der 1140er Jahre verstärkt mit der Festigung und dem Ausbau seines Herrschaftsgebietes zu einem Zeitpunkt, als sich alles bestens zu entwickeln schien. Nicht nur zu seinen östlichen Nachbarn hatte er über die eheliche Verbindung gute Beziehungen geknüpft. Auch an seiner Integration in die Sphäre des Imperiums war er offenbar weiterhin interessiert. Die guten Kontakte zum Erzbistum Magdeburg dürften ihm dabei zugute gekommen sein. Um seine Herrschaft über die Grenzen Köpenicks bekannt zu machen, setzte Jaksa als erster Fürst östlich der Elbe auf ein modernes Medium, die Prakteaten, die erst seit der Mitte des 12. Jahrhunderts Verbreitung fanden. Insgesamt überliefern fünf der bis heute bekannt gewordenen verschiedenen Typen aus der Zeit zwischen 1150 bis 1170 den Namen Köpenick. Jaksa präsentierte sich auf diesen Münzen als selbstbewusster Herr von Köpenick, der sich sowohl der slawischen Tradition wie auch dem Christentum verbunden zeigte. So trug er die für Slaven in dieser Zeit typische Bartracht und dokumentierte mit der Abbildung eines Palmenzweiges zugleich, dass er bereits eine Fahrt ins Heilige Land unternommen hatte. Mit der Herstellung und Verbreitung dieser Münzen nutzte Jaksa nicht nur ein Mittel zur Herrschaftsrepräsentation, sondern er verliere seinem Ort Köpenick zugleich politische und wirtschaftliche Bedeutung. Sie wirkten außerdem integrativ, da sie an die im Reich übliche Geldwirtschaft anknüpften, während bei den Slaven noch eine ganze Weile das Gewicht des Geldes von entscheidender Bedeutung blieb, wie sich in vielen Hacksilberfunden zeigt. Es schien also alles gut zu laufen für den Köpenicker, als sich das Blatt wendete. 1157 unterlag er im Ringen um die Brandenburg. Hierdurch nicht genug gestraft, starb auch noch sein einziger männlicher Erbe im selben Jahr. Von jetzt an begann Jaksas Interesse am Köpenickerraum offenbar allmählich zu schwinden und er wandte sich verstärkt in polnischen Gebieten zu, in denen er durch seine Heirat Ansprüche erworben hatte. Einen Abschluss fand sein herrschaftliches Handeln im Berliner Raum schließlich mit den Verhandlungen des Jahres 1168, als er vermutlich mit den Herzögen von Pommern seine Erbfolge für Köpenick regelte. Diese kamen in den 1180er Jahren wahrscheinlich kurz in den Besitz der Burg, bevor diese in die Hände der Markgrafen von der Asthma-Glausitz und damit Verwandten von Wichmann gelangte. Jaksas gesamtes Handeln konstituierte einen Herrschaftsraum, der sich über ein ausgedehntes Gebiet rund um den Hauptort Köpenick erstreckte. Er bediente sich aller ihm zur Verfügung stehenden Mittel, um seine Herrschaft zu festigen. Insbesondere der Einsatz der Münzprägung zeigt, dass er den vorhandenen Möglichkeiten gegenüber aufgeschlossen und sowohl intellektuell als auch materiell in der Lage war, sie einzusetzen. In den 1150er Jahren befand er sich auf dem Höhepunkt seiner Herrschaft. Da der Spreeübergang bei Strahlau vermutlich in seiner Herrschaftssphäre lag, muss er als ein möglicher Akteur für den Berliner Raum in Betracht gezogen werden. Eine dort beginnende Niederlassung hätte er zumindest tolerieren müssen. Mitte des 12. Jahrhunderts hätte hier kaum ein Herrschaftsträger agieren können, ohne dass dies Jaksa auf den Plan gerufen hätte. Was heißt dies alles nun für den Siedlungsbeginn in Berlin und Köln? Albrecht der Bär orientierte sich in Richtung des Reichs. Frühestens seine Söhne und schließlich erst recht seine Enkel engagierten sich im Berliner Raum. Otto I. bemühte sich zwar um den Ausbau seiner Herrschaft, orientierte sich dabei aber zunächst Richtung Pommern und Ostsee. Jaksa befestigte seine Herrschaft Mitte des 12. Jahrhunderts rund um Köpenick und im Berliner Raum. Erst Ende der 1160er Jahre orientierte er sich Richtung Polen und konzentrierte sich dort auf den Ausbau seiner Einflusssphäre. Erzbischof Wichmann schließlich war fortwährend im Raum zwischen Elbe und Ode aktiv und baute die magdeburgische Herrschaft systematisch aus. Es bleibt uns im Moment nur Indizien abzuwägen und Wahrscheinlichkeiten gegeneinander zu halten. Wir können lediglich Mutmaßungen darüber anstellen, welcher Fürst oder welche Fürsten als Initiatoren der Ansiedlungen Berlin und Köln in Frage kommen. Auch zum genauen Zeitpunkt des Siedlungsbeginns oder gar zur Herkunft der Siedler lassen sich von historischer Seite keine Aussagen treffen, da weder indirekte noch direkte Schriftzeugnisse hierzu überliefert sind. Eine Öffnung der historischen Forschung hin zu anderen Disziplinen ist insofern unerlässlich, wenn man weiterhin an der Frage interessiert ist, wann Berlin und Köln entstanden, woher die ersten Siedler kamen und unter wessen Leitung dies alles geschah. Die zu erwartenden Ergebnisse der naturwissenschaftlichen Untersuchungen werden mit Sicherheit viele Anknüpfungspunkte für die historische Forschung bieten, die dann ihrerseits neue Fragen generiert, die nur gemeinsam von allen Disziplinen beantwortet werden können.